so ja in diesem sinne da sind wir wieder willkommen zurück bei little nightmares wir sind genau da jetzt wo wir angefangen beim letzten mal aufbörder die kleine von der ja und dann durch die gleiche anzünden leider nicht da guck mal was uns ja und das sei nämlich übelst an wo man sie noch mitzusehen war die manne ja bei mir da war auch so ein ach ja wo der auf sich ständig oder so eine jacke hing und wir machen war immer mann angesneekt da könnt ihr angucken das video genau das soll immer geil sein habe ich mir sagen lassen angesneekt für euch immer die neuesten video video für die neuesten für mann kinofilmer ja wir wissen aber eben meine ach guck mal das hat man doch einmal gesehen hier die das treppenhaus weißt du ja stimmt hier war die kamera wo ich nicht auf das rohr treppenhaus gekommen bist du nicht da wollte ich guck mal das ist doch hier ein normales treppenhaus ich so ja was dann kann ich mich überhaupt nicht erinnern aber unsere zuschauer die jedes video 10.000 mal gucken wissen es bestimmt noch ich glaube das ist ja auch nicht mal so sicher guckt es lieber noch mal guckt es noch mal und vielleicht noch ein zweites mal und abonniert und klickt und dort und ihr wisst schon genug werbung wie viele puppen hat sie denn hier alte ach du stießt da da ist er einfach mal zu hängen nein das ist spannend was ich jetzt machen ich musste da ich mache sie etwas übelst krass ist der geschehen ist da beleuchtet ein bisschen und gucke ich mir erst mal die total interessanten schranken guck mal hier kann ich gar nichts machen ich wirklich nichts machen was der ist schon ein bisschen offener wo sind ja offen dass gar nichts da siehst du nein jetzt sind es ist meine bestimmung aber dann gehe ich hier ganz nach hinten okay wird der schiss an da will sich nicht der mutter stellen sie ist ein psycho jedi hat sie ist es 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 ist wie ich bin jetzt weiterkommen sagt er schrank was das besorgt mal ganz schnell vorbei denn ja naja dass wir das was bringen würde es sind jedi ist es ist es ist es ist okay boah darth wader wasser schranken darth wader returns ich bin hier ganz vorne so das wird nicht knack okay Okay. Welche Moment Feierzeug an ihr vorbeigelaufen ist? Vielleicht kannst du es denn nicht machen. Weil sie Angst vor Feuer hat? Ja. Wir könnten ja bei Maus probieren. Das klappt auf keinen Fall. Okay. Nein! Mein Feierzeug! Also sie hat Angst vor Feuer, weil das habe ich mir fallen lassen. Also das Feuer konnte sie nicht töten. Haha! Du-du-du-du-du-du-du-du! Feuer! 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 Bang! Bang! Mann, es macht doch hier keinen Sinn in dieser Zimmer! Feuer! Feuer! Gang! Bang! Hahaha! Der ist alt. Hä? Wird noch nie ein Mensch gebracht? Ja. Noch nie! Ey, ich bin so oft gebracht. So ein Schwachsinn! Stell dich hinter der Kamera, wo ich genau diesen Spruch und jetzt ist die Kamera an, weißt du? Geburtsstunde eines Gags, ja? Genauso wie, ähm... Shitbull! Von mir hab ich erfunden. Was hab ich gesagt? Copyrighted sind die Schücherschuld. Definitiv gesagt. Ich hatte zumindest jetzt die Idee, wie wir da vorbeikommen. Ja, das ist doch die Stellung. Ich kann das gar nicht sagen, was wir da steuerungsmäßig alles für... Vorteile haben. Also ganz selbst rausgefunden. Ganz einfach ganz Rangung vorbeilaufen. Sneaky, sneaky! Kann ich noch so hier... Was für ein Tricky-Einfall? Jetzt ist es spannend! Wer ich vorher auf die Idee kommen können? Definitiv. Hol dir die Puppe! Nein! Zieh den Stuhl weg, wenn sie es hinsetzen will. Dann bricht er sich ständig und wir haben gewonnen. Das zuerst. Stell mal vor! Oh, es vibriert, es wackelt. Oh, das ist so dunkel. Wir haben es gleich geschafft. Oh, da geht es in einen anderen Raum, ne? Oh, ja. Oh, das Schlafzimmer. Oh. 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 Ah. Oh, oh. 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 stuhl was ist das was passiert sie wirklich und dann können aber gleich runter dass die mut das hier schrumpft die oder war ich dachte zum schluss war das ist so der post schnell ja da wartet er ist ja niemals die ruhe die ruhe vor dem sturm oder dachten sie dass es jetzt draußen passiert ist wenn ich nicht vorstellen aber es hört man doch vielleicht hat sie sich jetzt wo die musik ich dachte jetzt gedacht auch so trägt nicht rein ja wo ist sie denn jetzt ging ich dachte sie steht da alter sie steht bestimmt auch zwischen und so ein ding hinterm schrank da rechts der stand auf weiter stand aber vorher schon was oder da ja aber schiss ich habe angst was hierhin dass sie dann nicht gucken geht und jetzt ungewundert ich dass sie einfach zu smart fantasy die gejagte von uns stimmt an der sie kann das ist wie sich killen also aber ich dachte jetzt auch dass dieser base der schüsse ist war aber nicht aber vielleicht hat sie jetzt in die tür aufkommen näher ziemlich ok hä wo ist sie denn hin hat sie sich dematerialisiert oder was das ist weg 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 und ich bin wieder allein allein komisch komisch aber wo ist der schlüssel wo ist der schlüssel ist ja eigentlich egal was mit der holen ist das wollen die zuschauer wollen wissen wobei ist der schlüssel zum haus ist erst die frau ist nicht die frau der schlüssel ist nicht die frau der schlüssel nein ist das das war die kurze jetzt war die füße schneiden aua das ab 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 Barmherzigkeit Wieso kann ich denn nur bis da hoch? Da ist auch kein Schlüssel, wieder so auf dem Bett Beulen, 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 Beulen Aber auch hier, kein Schlüssel Ah, da war er doch drin Oh, wer sagt's? Wer hat's gesagt? So versteckt er in den Scherben, also weißt du Auf zur Tür Und dann suchen wir die Frau und verführen sie Und machen sie zu unserer Sklaven Alles gönne ich mir Oh, yeah Scheiße, ich hab' geworben Let's go To the flow Go go get it So jetzt hier aber, komm, zack Und render dir das Stück Und zack, stopp Stopp, sagst du? Ich sage stopp Okay, das war ja eine sehr seltsame Folge, wo wir nicht viel geschafft haben Aber auch so ist es im Leben Manchmal schafft man nicht alles, was man will Und dann muss man sich vornehmen, beim nächsten Mal mehr zu schaffen Denn nur Stück bei Stück könnt ihr euch verbessern Genau, ihr könnt einfach nochmal weg gehen Und suchen und suchen, obwohl euer Kollege sagt Hey, da ist doch der Schlüssel Ja, manchmal muss man Fehler machen, um aus seinen Fehlern zu lernen Und um so reifen zu können Und ob Kai aus seinen Fehler gelernt hat Oder nicht Oder nicht Das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's play Little Night Auf Wiedersehen Tschüss So Schönen guten Tag Willkommen zurück Oder schönen guten Abend Oder gute Nacht Vielleicht gucken hier manche auch gerne nachts Um 3 Uhr Zur Geisterstunde Mit Sicherheit Denn was wäre besser als die Geisterstunde für den Nightmares Passende Überleitung zum Spielen Da sind wir Und weiter geht's Wir haben hier letzte Folge den Raum aufgemacht Und den betreten wir zugleich Und die Tür zur Unschau versteckt sich ja hinter der Tür Jetzt blockiert das Schloss Aber nein Guck mal wie viel kaputte Spielen Genau das wollte ich auch jetzt sagen Guck mal wie viel kaputte Spielen Alter Fähig Fähig Ich geh mal Ich mach mal hier richtig dramaturgisch Alter wie fies das ist ne Wird das Feuer immer kleiner? Ne Alter 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 Wie Alter Wie Alter Du hast ja Ich möchte mal EINE Folge erleben Muss man nicht sterben NAHAH Ich wollte mal eine Folge erleben, aber ich kann nur nicht sterben So, in die Richtung glaub ich. Ja, mein ich ja. Ist ja nicht, ist ja unten durch, aber nicht nach. Ich hab so gemacht. So, unten. Das ist gut, das ist gut. Komm, mach Feueratn und rennen. Okay. Achso, mit Feuer meinst du, ja? Ja, ist schon wieder. Wie kommst du auf, als wäre ich jetzt schneller gewesen? Alter, die Maske, das ist schon krass. Das ist der Quatsch. Ach nee, da ist es doch. Achso. Ja doch nicht so. Ich bin doch einfach drunter. Ja. Ah, Mann ey. Menno. Go, go, Panadranger. So, nochmal. Jetzt schaff ich was ab. Jetzt schaff ich was ab. Es kommt mir aus, als wenn ihr mich ansaugt. Also so. Das kann man auch sein. Oh, ey, durch, durch dich, durch die Wand, durchgezogen. Ja, die macht nicht kattig. Wenn sie dich hat, dann macht sie dich kattig. Wallhack. Hä, die kann, das ist ein Fiss? Ja, ich war in der Wand. Mein Körper war in der Wand. Ja. Hat sie mich in die Wand gepresst, ja? Ja. Alter, auf. Alter, auf mit deinem Märchen. Mit dem Material. Kannst du hier wen anders erzählen, aber nicht mir. So, wenn du das jetzt nicht durchschaffst, hab ich dir eine Kopfnuss gegeben. Oh Mann, ey. Ach, das ist das, was die Leute sehen wollen. Sie wollen sehen, wie wir verzagen, wie wir in Despair verfallen. Wie wir streiten, unsere Freundschaft einfach flüten geht. Wie wir uns umbringen. Nein, du es nicht schaffst, das durchzuscheiden. Es sagt sich immer so einfach, du schaffst es nicht, du hast es nicht drauf, du kannst es nicht spielen. Aber wenn es ab ankommt, im richtigen Moment. Boom! Dann schafft er es. Mein Fuß juckt. Oh, das tut gut. Was macht er, Fred? So, da ist er wieder. Ja. Aha, lauter Spiel wieder. Okay, hier geht's die Treppen hoch. Ich geh die Treppen hoch. Boah. 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 Noch mehr verfluchte Punkt. Hier ist sie wieder. Ich weiß, dass sie hier irgendwo wieder ist. Ja, immer, wenn man wieder atmen guckt. Oh, siehst du die Atmen? Ich glaub, der ist ja noch näher. Jetzt ist ja gar nichts. Ja. Ich sehe überhaupt nichts. Dann macht das Feuer an, sie haben uns. Und take my good boat. Und wir fallen ihr Kreis. Oh, komm, das wieder. The eye. The eye of the tiger. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Aber ich hasse das in großen Formen, wo man ja gar nicht... Ah. Wo gar nichts weiter geht. Totally crazy. You are totally, totally crazy. Ach, guck mal hier. Hm. Wurde abziehen wieder. Boing. Wurde abziehen. Brauchst du eine Lade vorm Kopf? Geh, geh. Lade in den Kopf, weil der wäre ich. Und die Holz vor der Hütte. So, ich hätte jetzt einfach mal Bock, dass unser Aufgabengebiet darin besteht, eine Schublade aufzuziehen. Eine was? Eine Schublade aufzuziehen. Da fällst du Bock, ne? Guck mal, was denn da oben drauf? Das... 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 Das müsste dem normalen Spieler gleich abfallen. Und? Siehst du? Oh, ich glaub, damit können wir sie abwehren. Stimmt, jetzt macht er mal das Spiegel kaputt. Das ist ein Schutzschild. Aber der ist ja falsch rum in das Spiel, oder? Ich glaube auch. Egal. Kaputt. Okay, aber den... Wahrscheinlich haben wir den jetzt nur geholt hier in dem Raum, ne? Das kann sein. Was muss denn jetzt? Kann ich gleichzeitig Feuerzeug oder immer? Natürlich nicht. Oh, oh. Boah. Da steht sie. Wo? In the middle of the ring. Stimmt. Oh, jetzt bin ich gespannt, ey. Du bist nicht stark. Alter. Genug. Für uns. Äh. Lights out. Ah. Alter, was? Wie? Wie machen das? Kommt da das Licht und sie kommt von hinten. Ja. Das hat sie gemacht, um uns auszutricksen. Und du hast auch eingefallen? Die Königin ist zu stark. Sie hat magische Kräfte, sagt man. Wenn du stirbst, zieht das Leben an ihr vorbei, sagen sie. War ja auch anders. Achso, das war der Filmtitel oder was? Ja. Haben wir gesneakt. Jetzt gucken. Ne, nicht jetzt. Nach der Folge. Komm her. Mit der Macht des Spiegels. Okay. Okay, ganz cool bleiben. Kannst du rückfest gehen? Ne. Das ist schlecht. Hä? Ey. Jetzt kamen wir nicht mal um uns. Also, passt auf Leute, ja? Ich mag Spiegel. Aber so, was ist das? Soweit es unrealistisch wird, dann raste ich aus. Er wird völlig verrückt. Ist dieses Spiel nur dafür gemacht, eine innere Unruhe in mir zu erzeugen? Oh. Scheiße, es hätte er kaputt gehen müssen. Ja gut, aber bis jetzt bringt mir das Spiel auch gar nichts, oder? Ne. Ich bin jetzt einfach mal hier oben. Kannst ihn da hinschmeißen? Also, nicht von mir. Mir ist ja gerade eigentlich eingefallen, ein Spiegel bringt ja nichts, wenn es dunkel ist. Ja. Ja, dann sieht sie sich ja nicht. Ja. Ist ein guter Ansatz. Ja. Also, ich will mal kurz gucken, ob ich ohne Spiegel, was passiert, wenn ich immer ganz lange und vorbei noch, oder ob das so oder so getriggert wird, das Ganze. Ja, wieso siehst du jetzt nicht mal im Hellen? Ohne Spiegel? Keine Mama. Keine Mama. Meine Mama hat immer gesagt. Oh Gott. Ey, ich werde meinen Geist groß und schlagen. Ist doch der Müde. Hä? Jetzt ist er da. Ja, läuft ja. Okay, jetzt geht es nur mit Spiegel. Oh, jetzt. Jetzt kannst du einfach vorbei laufen. Ich sage es, sie verschwindet trotzdem. Ja. Drei, zwei, eins, tot. Aber eben ist doch Damian nicht schön gewesen. Auf der linken Seite. Ach, jetzt muss ich ganz schnell zum Nichtschein laufen. Ja. Das ist echt. He try and error, ne? Asked Fred. He know it. He doesn't know shit, man. He doesn't know shit. Isn't it? Okay, dann werden jetzt ganz schnell okay zum Nichtschein. Ja. Einfach voll Spiegel. Lights out. Lights on. Komm, 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 go, 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 go. Wo ist der nicht schön? Wo ist da? Da, 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 da. Da, 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 da. Ghostbusters. Wir sind tot. Schnell aufheben, aufheben. Ja, ich habe... Schnell. Wir müssen zum nächsten Lichtpunkt. Wo ist der? Da vorne? Da vorne, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube nicht. Ey. Da musste ich ja auch mal umschauen. Ja. Eigentlich müsste sie tot sein. Ich habe sie gespiegelt. Ich habe sie gay spiegelt. So, jetzt aber. Alle guten Dinge sind 4.670. Glaubst du, man sieht einfach mal ihr Gesicht unter der Maske? Ich glaube schon. Und weißt du, was im Gesicht das sein wird? Mach eins. Da, 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 da. Warte, hier kommt's gleich. Da, da. Ja. Da, da, da. Steh auf, Mann! Ich kann ja da... Du musst da hinten hinten. Ist es da. Da, hier, hier! Ja, ja. Ich hab sie. Schnell! Siehste, von Ose kommt? Nein, noch nicht. Ich hab sie. Okay, da, da, da. Oh, jetzt muss ich das jetzt machen. 1.000 Mal, oder was? Ja. Ich steh auf! Ich steh auf! Schnell, 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 schnell! Wohin, wohin? Warte, 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 hier, ah, gut. Das heißt, die kommt hier von vorne. Nein, die kommt von hier vorne rechts. Von links, von links. Ah, hier! Ja! Ja! Oh! Von wo? Hinter dem, ja! Ah, du bist nicht stark genug! Du bist nicht stark genug, Geist! Okay, wohin, wohin? Warte, warte, warte. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Du bist nicht stark, Aino. Ich fühle mich echt wie so ein Ghostbuster, Alter. Ich hab dich, ich hab dich. See you or see you, bitch. See you or see you. Oh! Links, links, rechts. Rechts, rechts, rechts! Hinter dir, hinter! Hier vorne, hier vorne! Aber wie oft muss man das jetzt machen, ist die Frage. Ja, paar mal. Nee, das kann nicht sein. Guck mal, ist jetzt schon mal der gleiche Punkt. Alter! Da, wo willst du denn sonst hin? Ich weiß nicht, aber... Jetzt kommt es ja immer direkt... Oh, der Spiel ist gut. Siehst du. Wer zerfohlen denn? Was kommt denn jetzt? Was passiert jetzt? Oh, jetzt hier wie so ein... So ein Dacia 2 mit so einem Fiepen und so... ...mit überall Gederne. Ah, 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 ah. Oh, da liegt sie. Und wir haben Hunger. Ey, wir fressen sie! Haha! Alter, wir fressen sie! Wer frisst sie wirklich? Alter, komm her! Ich fress dich! Ja, dann werden wir sie, dann kriegen ihre Fähigkeit. Alter, das ist ja jetzt geil! Komm her, ich hab Hunger! Alter... Jetzt, äh, jetzt wird er jetzt echt creepy. Tatsache! Zack! Hahahaha! Alter, Vater! Kannst du dich noch an diesen einen Zombie-Film erinnern, wo ich zur Arbeit musste? Ja! In der Sneak? Da, so ein Zombie-Mädchen, das jetzt hier. Stimmt! Alter! Guck mal das Auge! Krass! Alter, was passiert jetzt? Ich bin gerade ganz gegeneinander. Halt gleich für's an! Ich bin nicht gut. Aber haben wir jetzt die Fähigkeiten irgendwie von hier, oder? Die würde mich jetzt mal interessieren. Na, hatten wir vorher auch Ratten-Fähigkeiten. Ähm... Ratten haben ja keine besondere Fähigkeiten. Das... Oha, guck mal, Schatz! Guck mal! Alter! Weißt du, was ich jetzt denke? Was denn? Dass wir jetzt die ganzen fetten killen! Alter! Boah, krieg ich ganz aus! Man, läufst du gerade? Ja! Oh, guck mal, wie das... Alter, hast du gesehen? Alter! Ja! Wieso X-Men? Sie sind ja Oasis, ey! Wieso X-Men? Sie sind ja Oasis, ey! Wieso X-Men? Wieso X-Men? Wieso X-Men? Wieso X-Men? Ja! Wieso X-Men? Ja! Wieso X-Men? Ja! Wieso X-Men? Ach, schon krass! Der Rache ist neu! Was ist eigentlich noch Bock, die Küche zu killen? Fede, die Küche! Die Küche! Das könnte jetzt auch jener aus dem U-Film sein, oder? Ja! What's up, ey! Hey, war's das jetzt? Nee, nee! Oder? Es wäre ja mega kurz! Ah, da geht´s raus, wärst du die mögen? Jaja, aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es draußen noch weiter geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das erstellen wir die ganze Welt. Ist das schon das Ende vom Let's Play-Rail-Little-Nightmares? Das wäre für mich sehr lustig. Wunderbar, ja für mich auch. Also für mich war schon plötzlich das... Ah, wie nah! Die haben wir ja gegessen, die müssen uns ja eigentlich fürchten jetzt. Nein, nein. Die können verzeihen. Guck mal, oooh. Kommen mir die Tränen in die Augen, dass ich sie jetzt zurücklassen muss. Die waren meine besten Freunde. Das war´s. Das war krass. Tatsächlich. Hm, sehr kurz, ne? War wirklich sehr kurz, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das war ja auch immerhin 20 Euro gekostet oder so. Naja. Wenn du dafür überlegst, steinig Berlin, nur noch steinig Berlin. Ja, ähm, das Ende fand ich jetzt geil auf jeden Fall. Das war ziemlich cool mit dem, wie er das ist. Darth Vader mäßig daran gelaufen, dass die alle gekillt hat. Das war insgesamt fand ich´s sehr schön gemacht. Sehr stimmig, ja. Hätte mir vielleicht doch ein bisschen mehr Hintergrund, also zumindestens irgendwie, das war ja jetzt nichts weiter überhaupt irgendwie erzählt. Ja, das stimmt schon. Wenigstens am Ende nochmal ein kleines Filmchen vielleicht. Ja, oder zumindestens irgendwie mal irgendwo so eine Andeutung, das spricht ja auch keiner. Aber... Was es jetzt genau war, ne? Was da halt gemacht hat. Ja, gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder cool, dass du dir komplett selbst ein Rein drauf machen musst. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite wird ja alles immer vorgekaut und... Wie sie jetzt da so ins Licht sind und nach draußen mit offens, fand ich auch cool. Wahrscheinlich, jetzt könnte man jetzt so einen richtigen zweiten Teil draus machen, wo wir jetzt sehr böse sind und alles irgendwie nur vernichten. Ja. Und antagonistmäßig. Also Leute, ob das passieren wird, das seht ihr bald. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Auf jeden Fall wird es dann eine Zeit, demnächst mal für das Spiel. Ähm, Kona haben wir ja noch. Aber das wars mit Little Nightmares. Wir sind durch. Und... Dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play wieder. Ja. Gehabt euch wohl und gruselt euch schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Krass. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.